Michael Atta Lamek ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der in den Jahren 1972 bis 1988 als Spieler des VfL Bochum 518 Spiele mit 37 Toren in der Fußball-Bundesliga bestritten hat. Damit belegt er den 9. Rang in der Liste der Bundesligaspieler mit den meisten Einsätzen. Karriere als Spieler Als ich mit meinen Kumpels in der Freizeit kickte, war die Asche noch schwarz, daher habe ich auch den Spitznamen Atta. Mit 20 Jahren wechselte Michael Lamek von TUS Essen West zu ETB Schwarz-Weiß Essen in die Regionalliga West. Trainer Horst Witzler wechselte den Neuzugang beim Heimspiel gegen Hamburg 7 Uhr morgens 5. Oktober 1969 in der 83. Minute erstmals in der Regionalliga ein. Er füllte die Rolle des Einwechselspielers an der Seite der Stammspieler Rolf Bauer-Kämper, Wolfgang Glock, Rolf Kucharski und Heinz-Dieter Lehm aus. Auch in der zweiten Saison, 1970-71, musste der Linksaußen mit dieser Rolle unter den Trainern Kurzam und Heinz Höher noch Vorlieb nehmen. In seiner dritten Runde beim ETB 1971-72 still wurde er von Heinz Höher auch im Mittelfeld und in der linken Außenverteidigerrolle eingesetzt und gehörte jetzt der Stammbesetzung an. In beiden Derbys gegen Rot-Weiß Essen wirkte er mit am Uhlenkrug vor 20.000 und an der Hafenstraße vor 18.000 Zuschauern. Lamek bestritt 73 Regionalligaspiele mit 15 Toren für Schwarz-Weiß-Essen und unterschrieb zur Runde 1972-73 still beim VfL Bochum. Der VfL hatte Heinz Höher als neuen Trainer für diese Runde verpflichtet und er brachte vom Uhlenkrug Lamek und Reinhard Meigel an die Kastrupper Straße mit. Auf Anhieb erkämpfte sich der Essener seinen Stammplatz im Team der Bochumer und bestritt in seiner Debütrunde in der Bundesliga alle 34 Pflichtspiele. Sieben Jahre kämpfte er unter Trainer Hör für den VfL, wobei es meist gegen den Abstieg ging. In sechs Spielzeiten kam er dabei jeweils auf 34 Einsätze, er fehlte lediglich in der Runde 1976-77 in vier Spielen. Es folgten zwei Jahre mit Trainer Helmut Johanschen, wo die Mittelfeldplätze 10 und 9 in den Jahren 1980 und 1981 dabei herauskamen. Im ersten Jahr mit Rolf Scharfstahl als Trainer 1981, 82 still, drang der VfL im DFB-Pokal bis in das Halbfinale vor. Am 10. April 1982 gewann der FC Bayern München durch einen verwandelten VfL-Meter von Paul Breitner in der 74. Minute vor 45.000 Zuschauern mit 2 zu 1 Toren das Spiel in Bochum. In den Jahren 1985 und 1986 erlebte Atta Lamek den Durchbruch des jungen Torjägers Stefan Kunz an der Seite des Altmeisters Klaus Fischer und Die zweimalige Platzierung auf Rang 9. Im zweiten Trainerjahr von Hermann Gerland 1987-88 still, kam der Routinier nochmals auf 16 Einsätze und verabschiedete sich aus der Bundesliga mit der Einwechslung am 16. April 1988 in der 55. Minute gegen den VfB Stuttgart im heimischen Stadion. Im Finalspiel des DFB-Pokal am 28. Mai 1988 in Berlin gegen Eintracht Frankfurt kam er nicht mehr zum Einsatz. Atta Lamek ist mit seinen 518 Einsätzen in der Fußball-Bundesliga bis heute der Rekordspieler des VfL Bochum und die Nummer 9 der ewigen Bundesliga-Rangliste. Er hat zudem von den Spielern, die nie in die A-Nationalmannschaft berufen wurden, die meisten Einsätze aufzuweisen. Im Oktober 1973 wurde Lamek zweimal in die U23-Junioren-Nationalmannschaft des DFB berufen. Es dauerte vier Jahre bis der DFB-Trainer starb den zuverlässigen Mann des VfL für die linke Seite wieder in eine Auswahl berief. Am 22. Februar 1977 in Orleans debütierte er in der B-Nationalmannschaft bei der 0 zu 1 Niederlage gegen Frankreich. Mit Werner Schneider besetzte er die Außenverteidiger-Positionen. Im Juni des Jahres war er mit der DFB-Mannschaft in Übersee und kam in den Spielen gegen die USA, Honduras und Jamaika dabei zum Einsatz. Sein neuntes und letztes Spiel in der deutschen B-Elf absolvierte der Bochumer am 18. April 1978 in Nordköping beim 1 zu 0 Erfolg gegen Schweden mit seinem Verteidiger-Kollegen Harald Konopka. Nach der Karriere, nach seiner aktiven Zeit war Lamek K. Jugendtrainer, Amateurtrainer, Spielerbeobachter und Co-Trainer beim VfL Bochum. Anlässlich seines 60. Geburtstages wurde Lamek zum Ehrenmitglied des VfL Bochum ernannt. Er ist der Organisator der Traditionsmannschaft des VfL Bochum. Unregelmäßig arbeitet er in der Fußballschule von Klaus Fischer. B-Elf Hansen. Untertitelung des ZDF, 2020